Und alles auf Anfang? Bei der Beste so ein Soldat, so mit Waffe, so voll hübsch. Schnauze jetzt. Und ich begrüße euch, guten Tag. Ja Leute, was geht? Hier ist wieder Tobi und ja, ich darf euch heute recht herzlich begrüßen. Call of Duty Black Ops 2 steht heute auf der Tagesplanung. Und ja, wer es nicht weiß, ich bin der absolute Overpro. Das heißt, ihr dürft jetzt ein Gameplay erwarten. Na, ich denke mal, schaffe ich die 200 Kills diesmal? Ich weiß es nicht so wirklich. Ihr seht, ich bin schon Prestige 11 Level 46. Und ja, einen Controller für Splitscreen anschließen, ja, brauche ich nicht. Ich könnte selbst im Splitscreen, na gut, was würde es mir bringen? Ich habe ja den Fernsehbildschirm nicht an. Ich spiele also nur mit Controller ohne Bildschirm. Aber so ist das halt, ne? Aber ich mache mal aus Fernis eben den Bildschirm an. Sonst fangen die Gegner auch an zu weihen. Ja, weil ich eh, also ohne Witz, ich muss echt sagen, ich kann nur von mir schwärmen. Also so gut, wie ich bin. Das, also das, ich weiß gar nicht. Also das muss, ich bin so ein Naturtalent. Also das, boah, ich, ich gehe so dahin. Ähm, naja. Ähm, Abschluss bestätigt. Suchen wir uns mal, wurde sich ja gewünscht, äh, weil ich da ja angeblich besser für geeignet wäre. Und ja, der ekelhafte Drecksnachbar, äh, meint gerade, dass er da die Kettensäge schwingen muss. Mit Glück schwingt er sie sich aus Versehen ins Bein. Ähm, ich bin mal kurz AFK. Nein. Äh, oh, es hat mal keine Hetze dann. Gott sei Dank. So, was ist das denn jetzt? Overflow. Äh, Peshawar, Pakistan, Abschluss bestätigt. Alter, er ist ja jetzt mal da draußen ruhig. Ich wäre gleich aggressiv. Danke. Mensch. Naja. Dann hoffen wir mal, dass das dann jetzt halbwegs gut geht. War ein Insider. So, und was, komm, wir nehmen uns mal die MSC mit 3, 2, 1. Ab dafür. Ne, wir müssen jetzt hier vorne rechts nachher. Ne, eigentlich da vorne links. Ich laufe mal dem netten Herrn hier hinterher und gucke mal, kommen jetzt da welche? Aber hier kommen doch bestimmt welche hoch, oder? Kommen da welche hoch? Kommen hier welche hoch? Anscheinend nicht. Äh, ja, in dem Fall würde ich doch mal sagen, gehen wir mal jetzt gerade hinten rum und die Feinde haben schon eine Drohne. Äh, ganz klasse. Oh, hier unten ist ein roter Punkt. Ah. Okay, ich sehe schon, ich war da gerade... Ah! Nein! Ne, he, 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 he. Wie hat er das denn gemacht? Andi, Halsschlagader. Was? 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 Wie konnte der denn bitte nicht umfallen? Ich habe doch... Äh. Äh. Boah. Ne? So. Ballistikprozessor, ey. Deine Mama brauchte bei der Geburt auch einen Ballistikprozessor. Äh, hat dann deine Mutter Witz gerissen. Äh. Ne, war ja kein Witz. Nein. Gnarf. Ah, okay. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, wo er gammelt. Äh, laut meinen hochkomplizierten Berechnungen, werde ich gerade nur durch Abschusssäden weggebatzt. Äh. Ja, und der Typ, der die ganzen Abschusssäden erhält, gammelt, äh, in einem und demselben Raum und das bestimmt schon seit Beginn des Spiels, denn das liegt nicht weit von seinem Spawn. Gehen wir mal rein. Hallo? 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 Oh, mein Aiming. Phänomenal einfach. Na, Glückwunsch. Ah, da hab ich doch einen Schatten gesehen. Ha, 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 ha. Oh, das war knapp. Ich hätt die Marke jetzt auch genommen. Nein. Äh. Oh, ja, oh. Schnips Ultra Mega Picknicks kann absolut nicht und w-w-w-w-w-w-w-w-wandernde Heide HD. Ich musste es mir jetzt verkneifen. Den hab ich gesehen. Äh. Äh. Abschluss bestätigt. Alter. Drohne erwartet Befehle. Drohne nähert sich. Was sollst du, Elik? Mach mir doch mal nicht so Angst hier. Klette. Vorräte erwarten Befehle. Viele Bums, 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 Bums. Mist. Kipp um. Okay, ich hab schon den Blitzschack. Okay. Boah, den musste ich jetzt noch nehmen. Äh, hier ist einer mit mir im Haus. Boah, Alter. Boah, Alter. Bin ich froh, dass der dumm war. Warum hat er seine Vorräte eigentlich ins Haus geworfen? Okay, also es war ein Heller auf jeden Fall. Wir werfen uns auch mal hier hin. Dürfte keine Probleme geben. Es war... Oh, ich... Warum wusste ich das? Oh, jetzt muss ich erst so weit zum Brunnen laufen. Oh, nein. Ich spaw natürlich genau auf der anderen Seite der Map und nochmal... Ah, okay. Wenigstens spawne ich jetzt hier. Ich hoffe, da ist jetzt keiner. Ich hoffe es. Lass das in Ruhung. Nee, anders. So, der Raum ist doch heiß begehrt. Oder sehe ich da was falsch? Wo geht's denn noch lang? Boah, boah. Was? Wo? Wo? Weg hier. Alter. Mist. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht alleine. Keiner. Och, Mann. Was haben die denn nur alle mit diesem kackunfernen Visier, ey? Mit dem Visier hat die Waffe dann auch eine Präzision von 101. Warum kann ich euch nicht sagen? Ist halt so. Ja, komm. Vom Ding her kommt er jetzt wieder da drüben raus, ne? Möcht mal was hin. Okay. So, jetzt normalerweise wurde ich immer von hier attackiert. Wetten, jetzt kommt er von der Seite. Ich muss das gerade erst mal realisieren, wer hier wo ist. Jetzt der ist hier vorne unten. Selber gerade das Risiko zu groß. Das war Schnipser. Nochmal Schnipser. Nein. Musste ja kommen. Irgend so ein Scheißdreck. Naja. Nochmal weiter. Dich habe ich gesehen, Kollege. Okay, hat der Teammate. Gut gemacht. Mann. Also bei mir kommt das ja in die Kategorie unfair. Ja, das war jetzt einfach eine Dummheit. Wo finden wir denn jetzt eigentlich gerade noch Gegner? Ich würde sagen, hier drüben. Da ist das doch, äh, da ist doch das Radar. Äh, in der Regelblutung. Warten die da ernsthaft zu zweit auf mich? Nicht euer Ernst. In dem Sinne würde ich sagen, äh... Boah, guten Morgen. Mist. Ich wusste, dass das nicht klappt. Das wäre zu schön gewesen. Naja. Das dämmen wir ein. Ah, jetzt haben wir nicht. Und hier ist noch eine Marke. Na, Kollege, komm. Was? So. Haben wir uns mal eben noch das Ding mitgenommen. So. Ah, ich glaube... Ah, Mist, ich glaube, den kriege ich nicht mehr. Mist. Kriegen wir ihn von hier. Oh, hier oben rechts sind zwei. Und ich habe gedacht, der macht eventuell die Schockladung kaputt. Okay, da ist noch einer. Da ist noch einer. Mist. Mist. Ist auch noch einer. Oh, Alter. Jetzt reicht's mir. Nein. Nein. Na, ja. Ah. Hm. Pam. Alter, Adrenalinkick. Alter, Verwalter. Boah. Mein lieber Scholli. Nee. Ah, Hunter Killer nehmen wir den. So. Verbündete Hunter Killer Drohne. Okay. Naja. Gewinn werden wir vielleicht nicht mehr, aber... Verbündete Drohne nähert sich. Das ist jetzt gerade egal. Achtung. Feindlich der Kontadrohne. Ah, okay. Hunter Killer hat nochmal was bewirkt. Ja, wir rennen hier gerade die ganze Zeit mit der Pistol rum. Nein. Ach, schade. Na, Drohne können wir nochmal raushauen. Drohne nähert sich. Komm, nochmal. Ah. Schade eigentlich, ne? Muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Ach Gottchen. Oh, da bin ich. Oh, ich bin der Feinde. Ich leck auch gar nicht rum oder so. Nein. Absolut gar nicht. So, 29, 14. Naja. War ja live. Oder? Mensch. So. Äh, gut. In dem Sinne, ja, würde ich sagen... Huch, einmal ins Mikro gekommen. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Wenn es heißt Call of Duty Black Ops 2. Bis dahin. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.